In diesem Video teste ich ein sehr spannendes Filament, das zu 100% aus alten, recycelten Fischernetzen besteht und dennoch sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften verspricht. Um eine Idee zu bekommen, inwiefern sich daraus gedruckte Bauteile belasten lassen, führe ich meine selbstgebauten mechanischen Tests durch. Außerdem kann ich das Material so mit herkömmlichen Filamenten wie PLA, PETG und ABS vergleichen. Fischy Filaments ist ein Startup aus Cornwall, das es sich, wie der Name auch schon bereits verrät, zur Aufgabe gemacht hat, Filament aus alten Fischernetzen herzustellen. Motiviert ist das Ganze durch den Fakt, dass jährlich über 200.000 Tonnen Fischernetze hergestellt werden, was natürlich auch zu einer ganzen Menge Müll führt. Laut Fischy Filaments werden davon zur Zeit nur etwa 15% recycelt, der Rest wird verbrannt, vergraben oder geht in den Meeren verloren. Wie man sich schon denken kann, handelt es sich bei dem für Fischernetzen verwendeten Kunststoff um ein sehr leistungsstarkes Material, genauer gesagt Polyamid-6. Gemeinsam mit dem renommierten Hersteller Filamentum wurde ein effizienter Recyclingprozess entwickelt, um qualitativ hochwertiges Filament aus den alten Fischernetzen herstellen zu können. Zur Zeit gibt es zwei Sorten, das reine Filament, genannt Port Courno, und eine Version mit 10% Carbonfasern namens Orca. Auf der Formnex dieses Jahr wurde das Material offiziell eingeweiht, daher habe ich auch meine zwei Spulen. Polyamid-6-Material kennen die meisten von euch wahrscheinlich eher unter der Abkürzung PA6 oder dem Handelsnamen Nylon. Es ist bekannt für seine hohe Festigkeit, chemische Resistenz und Temperaturbeständigkeit. Da das Material jedoch hygroskopisch ist, also Feuchtigkeit aus der Luft absorbiert und außerdem nicht ganz so leicht zu drucken ist, wie zum Beispiel PLA, kommt es eher im professionelleren Bereich zum Einsatz. Ihr werdet aber noch sehen, dass sich solche Materialien auch problemlos auf Hobbydruckern wie dem Prusa verarbeiten lassen. PA6-Filament wird häufig auch mit Carbon- oder Glasfasern angeboten, um es nochmals zu versteifen und die Temperaturbeständigkeit nochmals zu erhöhen. So bietet ja auch Fischi Filaments die Orca-Variante mit 10% Carbonfaseranteil an. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Der erste Eindruck vom Filament ist gut. Wir haben, wie von Filamentum gewohnt, eine ordentliche Verpackung mit allen wichtigen Infos zur Verarbeitung und den Daten zum Material. Lediglich bei der Spule sehe ich noch etwas Potenzial. Man könnte sie zum Beispiel aus Pappe herstellen oder eine Refill-Option anbieten. So würde ein insgesamt noch nachhaltigeres Produkt entstehen. Besonders auffällig ist die Farbe, welche zwischen einem transparenten Blau und Grün liegt. Da das Material zu 100% aus den Netzen besteht, schwankt der Ton auch leicht entlang des Fadens, was mich persönlich jedoch nicht stört und für Design-Elemente wie Lampenschirme einen schönen und einzigartigen Effekt bietet. Das ist auch der Grund, warum Filamentum für dieses Material keinen Rall-Code angibt, ganz einfach, da er von Spule zu Spule variiert. Ganz nebenbei finde ich den Unterschied von meiner Spule hier zum Produktbild ziemlich groß. Bevor es ans Drucken ging, habe ich noch schnell die Herstellerangaben in den Prusa-Slicer übernommen und als Filamentprofil gespeichert. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass PA-6 zu Warping tendiert und nicht an allen Oberflächen haftet. Deswegen bieten einige Hersteller von PA-Materialien gleich auch eigene Druckbett-Oberflächen an. Ich wollte es jedoch zunächst mit Magigoo PA auf dem glatten PEI-Sheet versuchen. Als Drucker verwende ich den Prusa MK4 im originalen Enclosure. Da das Material, wie bereits erwähnt, extrem hykoskopisch ist, also schnell Feuchtigkeit zieht, muss es vor dem Drucken getrocknet werden. Trotzdem möchte ich euch hier kurz den naiven Weg vorstellen, also was passiert, wenn man das Material einfach aus der Packung nimmt und losdruckt. Man hört bereits deutlich das Knistern beim Laden des Filaments, welches vom Verdampfen der Feuchtigkeit in der Düse kommt. Das Problem, was man sich vermutlich schon denken kann, ist, dass dadurch Lufteinschlüsse in das gedruckte Bauteil gelangen, das Material also in einem gewissen Grad schäumt. Das sieht man sehr deutlich an diesem Benchy. Dazu kommen Stringing und einige sehr unschöne Stellen. Daher müssen wir das Filament zunächst trocknen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die ich in diesem Video nicht genauer eingehen werde. Das kommt alles in den nächsten Wochen und Monaten hier auf meinem Kanal. Vergesst daher schon mal nicht zu abonnieren. Ich verwende für das Trocknen eine ziemlich komfortable Lösung, den Drywise Inline Dryer von Ford 3D. Dieser trocknet das Filament auf seinem Weg in den Extruder, wodurch man keine bis kaum Vorbereitungszeit hat. Ganz einfach gesagt funktioniert das so, man gibt oben feuchtes Filament herein und bekommt es unten perfekt getrocknet wieder heraus. Das kann dann direkt in den Extruder vom Drucker geführt werden. Ich sagte ja bereits, komfortabel. So muss ich mir keine Gedanken über die Trocknung und anschließende Lagerung meiner Filamentspulen machen. Nachdem ich das Fischi PA6 durch den Drywise geführt hatte, habe ich gleich nochmal denselben G-Code von eben gedruckt und siehe da, ein perfektes Benji. Auch die Haftung auf dem Druckbett mit Magigoo PA war wirklich gut. Also konnte es nun schon an das Drucken der Prüfkörper für die mechanischen Tests gehen. Dafür habe ich alle Proben nach meinem Standard gedruckt. Die Proben sehen optisch gut aus und fühlen sich ganz normal an. Die Oberfläche ist relativ hart. Einzige optische Auffälligkeit ist die bereits erwähnte Farbe. Man sieht leicht Übergänge bzw. Schwankungen in dem grün-blau-transparenten Ton. Nun aber zum ersten Test, dem Zugversuch. Mit den liegend gedruckten Proben in XY-Richtung lässt sich die Festigkeit des Materials ermitteln. Bei vier Proben kam ich hier auf eine mittlere Zugfestigkeit von 50,3 MPa. Hier der Vergleich zu anderen üblichen Materialien, die ich zuvor nach denselben Methoden getestet hatte. Die stehend gedruckten Proben in Z geben Auskunft über die Schichthaftung, also wie gut die einzeln während des Druckens gestapelten Layer zusammenhalten. Je nachdem, wie das fertige Bauteil belastet wird, ist sie sehr relevant, da die Z-Richtung häufig eine Schwachstelle darstellt. Mit 21 MPa ist die Zugfestigkeit in Z zwar nicht so gut wie bei beispielsweise PLA, dafür jedoch wesentlich besser als die von ABS. Mit dem 3-Punkt-Biegeversuch lässt sich der Biegemodul als Maß für die Steifigkeit des Materials ermitteln. Auch wenn der Aufbau ziemlich simpel ist, bin ich immer wieder überrascht, wie präzise die Ergebnisse dennoch sind, wenn man mit Datenblättern und Literaturwerten vergleicht. Ihr findet alle Informationen inklusive STLs, BOM und kurzer Bauanleitung auf meinem Printables-Profil. Beim Fischi Filaments PR6 kam ich auf ein Biegemodul von 1741 MPa. Der Vergleich zu anderen Materialien zeigt, dass es nicht besonders steif ist, etwa vergleichbar mit PETG. Wer höhere Steifigkeit benötigt, sollte sich die Carbonfaser verstärkte Version ansehen. Um zu ermitteln, wie zäh das Material ist, bietet sich ein Kerbschlagbiegeversuch an, wobei eine mittig gekerbte Probe von einem pendelnden Hammer zerschlagen wird. Dabei wird ein Teil der potenziellen Energie des Hammers von der Probe absorbiert, was dazu führt, dass dieser gebremst wird und weniger hoch schwingt. Aus der Differenz zur Nullhöhe ergibt sich die exakte Energie, welche zur Berechnung der Kerbschlagfähigkeit in Kilojoule pro Quadratmeter, also Energie pro Fläche, genutzt wird. Je größer dieser Wert, desto zäher das Material. Beim Fischi Filament kam ich auf eine Kerbschlagfähigkeit von 8,2 Kilojoule pro Quadratmeter. Getestet wurden wie immer drei Proben. Hier noch die anderen Materialien zum Vergleich. Nun zum Temperaturtest. Da ich immer mehrere Filamente parallel teste, seht ihr hier noch diese blaue Probe mit im Bild. Auch ein sehr spannendes und bisher unbekanntes Material. Das Video dazu kommt im Januar. Bei diesem Test dachte ich kurz, mein Ofen ist kaputt, da die Probe vom Fischi Filament einfach nicht fehlen wollte. Daher habe ich gleich nochmal mit einem anderen Thermometer nachgemessen, um meine Messungen zu verifizieren. Aber es stimmt tatsächlich, das Material hat in meinem Test bis zu 190 Grad Celsius ausgehalten. Auch der Hersteller gibt aus seiner Seite eine maximale Temperatur von 180 Grad Celsius an, was zu meiner Messung passt. Im Vergleich zu meinen bisher getesteten Filamenten ist es damit das resistenteste. Nun möchte ich noch auf die Frage eingehen, für welche Anwendungen sich so ein Material überhaupt lohnt und wo auch nicht. Ich sehe das Fischi PR6-Filament einerseits in technischen Anwendungen, für Ersatz und Bauteile in Maschinen, in wärmeren Umgebungen oder unter Belastung. Außerdem kann es aufgrund seiner einzigartigen Farbe und Lichtdurchlässigkeit sehr gut für Designstücke wie Lampenschirme verwendet werden. Der Fakt, dass solche Dinge dann aus alten Fischernetzen bestehen, folgt dem Trend zu nachhaltigeren Produkten. Dennoch sehe ich das Material nicht überall, gerade da es eben doch etwas schwieriger zu drucken ist, auch wegen der Hygroskopie. Dazu kommt die relativ starke Geruchsentwicklung während des Druckens. Ich würde niemandem dazu raten, sich wirklich lange in einem Raum mit dem Drucker aufzuhalten, während dieses Material verarbeitet wird. Da der Drucker häufig auch in der Wohnung oder dem Büro steht, ist das natürlich nicht für jeden möglich. Ein weiteres Thema ist der Preis. Das Filament kostet zur Zeit etwa 89 Euro pro Kilogramm. Das ist im Vergleich zu PLA oder PETG, wo wir bei etwa 20 bis 30 Euro liegen, natürlich relativ hoch. Verglichen mit anderen PR6-Filamenten jedoch völlig im Rahmen. Wer die besonderen Eigenschaften des Filaments benötigt oder aus Überzeugung mit recycelten Fischernetzen drucken möchte, wird mit dem Material sicher zufrieden sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Was haltet ihr von Filament aus Fischernetzen und woraus würdet ihr euch recyceltes Filament wünschen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf Jantek.